ein herzliches herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rainbow Six Siege im YouTuber Projekt mit Marc und Wolfsburg hallo hallo meine Lieblingsnett ja das wird dir Spaß machen also ich mag die also ich finde die gut die ist geil boah ja roam roam ich will nach oben neue Runde neues Glück wieder am Ranked das heißt wir können davon ausgehen dass wir wieder abräumen sicher sicher hoffentlich behalten wir die Leistung von vollem Ball also von letzter Folge hoffe ich mal also bei mir war es gerade die letzte Runde war gerade ein bisschen von mir richtig dumm weil ich würde eigentlich in einem Runde und drunter die Wand aufmachen aber hat nicht so geklappt wie ich gedacht habe oh ich werde schon wieder als erster angezeigt warum eigentlich bin ich eigentlich nicht so gut ich denke mal höchsten Rang ne die anderen haben alle wir haben neunziger und neunzwanziger auch hier den Raum verbarrikadieren wir müssen den Biogefahr gut beend oh jetzt wird der Rausch gerade ein bisschen stark auch so raus auch nichts also ist der wieder normal ja jetzt ist es wieder normal ähm n n warte ich mal ja mach du mal so ich hab keine Verstärkung mehr äh äh wo ist denn vorher äh nicht so richtig warte ich ich mag ja ich mag eben so wenn ich mich finde hinten aber fast der Rausch hat doch gerasten genau hallo 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 kann ich die Wand nicht verstärken ach keine Ahnung jetzt kann ich jetzt kann ich bänden laufen verziehen die dickerlörer ist ganz oben wow ich hab fast das Gesicht geschlagen die Klatsch kommt bei mir krieg sie oh schon ja 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 es war Platz ok hier ist niemand mehr mach wieder zu vorsichtig gehen wir da drunter durch mal also bau gerade eine da hier am Fenster ich geh grad mal oben ja wisst ihr noch wo ich mit einem Rekruten hier wo ich dich abgeräumt habe ja boah der hätte mich aber auch haben können nein wir haben eine Position nein ich bin einfach genau vor die Flinte gerannt oh ja ich hab grad halb no scope also quick aim gehittet der ist bei mir seit hier auf der Seite ja Oli unten bei mir in der Tür war der hat ja gerade rein geguckt für den für den wow ja ok ne das ist Ash aus oder was Ash ist da unten ja von deiner Seite rechts jetzt der Eingang da müsste der ich hab's gemacht gut da unten ist er ja das ist nicht gut glaubst du wenn wir beide drauf halten dann einfach wir sind hier zu dritt oben lass sie kommen wir haben Zeit wir haben eine Minute Zeit wir stehen hier zu dritt oben wenn da einfach Bescheid mag nimmt mich rum da kann ich meine 7-4 sprengen lassen wir sind hier ja wir sind genug auch die können die hätte jetzt aber auch noch die Möglichkeit die Position zu wechseln ja das überleg ich auch grad ich geh mal an die Rückseite ja wenn wir hier zu viert stehen reicht das ja eben wenn du tot bist dann wissen wir zumindestens dass er von der anderen Seite kommt echt gleich die laufen alle runter hey ich glaub die ist weg ich glaub die kommen von da nicht mehr ich hab's ja nur verletzt aber war halt letzte Person guck da hab ich sie oben reingeschießen ja dann schluss weg ist er so absurd ja ich hab's eigentlich nur verletzt aber war halt letzte Person ja ja letzte Person du kannst halt direkt dann eh was soll ich hier reingehen ähm kannst du wieder Hibana spielen? ja dann muss ich nicht hör mal dann kann ich nehm ich auch vielleicht kann ich hier oben ich geh oben rein ich geh mal nur noch einen Clemo mit hier kann man so richtig gut waschen also von hinten angreifen kalter Tee schlägt ja überhaupt nicht äh also ich hab drei Kills gemacht man die Runde läuft schon und jetzt mach ich überhaupt keine Kills mehr für's auf so eine gute Runde und jetzt trifft ja dann sag nicht zu früh ne dann machst du überhaupt keine Kills und dann machen Marco und ich bin schon die Fahrgutbehälter lokalisieren ah das mit der Esch war echt ich hab echt zwei Lack-Kills wir hätten das hier unten sind ja ich hatte aber echt zwei Lack-Kills ich glaub die sind vorne Cockpit hm ja 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 gut ich hab ich lass meine Drohne oben weil ich geh auch oben rein ja ja und jetzt ist der große Raum eigentlich jetzt wie jetzt wär Glas was richtig Gutes gewesen ey scheiße ja stimmt das Glatz kann man ja auch durch die Fenster schießen ja deswegen ich hätte besser Glatz nehmen ja ich spier an die Knie Glatz ich kann das nicht ja ich kann aber eigentlich das geht eigentlich das geht damit einfach die Routine wahrscheinlich llen Milliken eigentlich will ich jetzt nicht alleine gehen das ist scheiße Willkommen da Blackbird zu mir Olli ich komm jetzt zu euch alleine will ich das aber nicht rein gehen hm so und da ist niemand also schnell hoch der Blackbird Ich mach hier mit Mr. Blitz ein Teamworkend-Bischen, Teamarbeit. Olli, ich komm bei euch rein. Und da ist einer drin. Ja, von der Carrera, ich hab die Carrera gehört. Ich wusste, dass sie da steht, ich hatte meine Kämme da sitzen. Ihr seid oben richtig? Ja, da sind von oben rein, du kannst ja die Trip hoch. Okay, da ist noch ne Drohne, hier oben ist niemand mehr. Mark, du kannst mit reinkommen. Ich bin oben. Hier oben ist alles free. Hast du ne Claimer oder was? Nein, hab ich nicht. Ach scheiße. Oh, der Blitz kommt auch. Hallo? Ist hier ne Party oder was? Hallo? Ja, ich hab gar nichts unter dir. Kannst du einfach runterspringen und ihn von hinten angreifen. Ich bin runter. Danke für die Info. Olli, ich komm, ich folge. Ja, ich folge auch mal. Aber übrigens, wenn ihr runter springt, ne? Fort hinlegen, weil da holt ihr euch nicht. Okay, die sind hier liegen. So, Störsänder hab ich mal geholt. Ähm, kannst du da auch machen? Ja. So, ja. Und dann gehst du um die Ecke, ich bleib oben. Das war großes Loch, also das hätte auch durch können. Genau. Genau, und dann gehst du um die Ecke. Die reichen. Gehst du und dann machst du auf, ich guck von oben. Genau. Du bleibst da an der Ecke. Ich seh niemanden. Krieg mal nen Clemo anders. Ja. Miene bereit. Sag doch jemand. Achtung, hinter dem Bett. Da war jemand. Da war ein Jäger oder ein Lipp. Du kannst durch das Bett, du kannst durch das Bett durchschießen. dann keine Zeit ich habe eine Granate erreicht, ihr könnt reinlaufen Olo! Luke hat mich einfach... A, A, Ende... Na, schade... Das war jetzt aber echt von uns ein bisschen... Der hat so... Fack meine Granate... Was ist mit der Leiche abgegangen, Alter? Oh, gut, ich gehe mal weit Nächstes Mal wird besser Ja... Ja, wir wollen halt ein bisschen zu taktisch Ja, genau, und vor allen Dingen, wir haben die... Eine Runde haben wir eh immer in Sand gesetzt, also von daher passt das ja Ja... Wir haben zu sehr taktisch gespielt... Jetzt muss Olli einfach nur mal wieder richtig gut spielen Hm... Ich habe zwei Kies geholt, ja Ich dachte, er ist zu zählen, da bin ich einfach reinkommen und dann links rum mir... Ich habe die einzigen zwei Kies in der Runde geholt Also sei leise, du machst selber was Ja, sieh mal was machen... Ja, sieh mal was machen... Ne... Ja, cool... Das ist jetzt mal... Fuck you and your internet... Ja, ist ja nett... Wir können von Blath ausgehen... Hast du recht... Hast du recht... Die Drohne der Gegner hat Biogefahrgutbehälter... Okay, der ist entdeckt... Und hab ich... Was war passiert... Ich hatte eine Granada reingemacht... Ich hab sie nicht ganz so... Ich hab sie nicht ganz so... Ich hab sie nicht geworfen... Sonst hätte ich locker die 3... Ich glaube, alle 3 wahrscheinlich geworfen... Ich hab' alle 3 wahrscheinlich geworfen... Ich hab' noch mal... Gute Hälter um jeden Preis... Kann mal jemand die eine Cam oben spotten? Die Cam... Mütter... Lass mich jemanden mich von hinten holen... Hier auf dem... Oh, klar... Oh, klar... Hat mich grad vom Fenster aus... Abgeschossen fast... Ist aber gut, dass er nicht ziehen kann... So, die Cam... Kann ich selber... Ich kann jetzt selber in die Cam gehen... Ähm... Beim Corbett... Ja, Kapienpersonale... Decktreiben... Da müsste... Kommt jemand... Jeder muss sich da die... Ja... Ja, da Cam... Kommt... Kommt der... Kommt der diesen den Gang rein? Ja... Ich... Ich... Ich seh' nichts mehr... Das ist so hell da... Munition leer... Na, fuck... Ja, da sind zwei... Zwei oben da ist... IQ und Blackbird... Beide hoch... Beide hoch... Ja, das ist egal... Du hättest mir nur sagen müssen, dass die da sind... Aber die haben genau schon drauf gewartet... Dass ich da... Ja, ich hab sie... Ich hab sie nicht... Ich hab sie nur gehört... Wie gesagt... Ich hab sie nicht gemerkt... Ja... Ähm... Du bist da... Okay... Ihr kennt beide... Ach dann... Doch dich... Lass ich hier... Schick mal... Ui... Ich seh da zu 90% nur weiß... Ist so schlimm... Ja... Nicht rausgehen... Vielleicht kann durchschrauben... Aber warten bis sie reinkommen... Das ist der Smoke... Der da auch gemacht hat... Von uns... Boah... Irgendwie n Sinn von links... Weißt du... Du kannst aufmachen... Und dann... Knallen oder einfach nix machen... Was? Ja... Da kommt der Platz... Bleib auf der Tür... Bleib auf der Tür... Alle durch die Tür durch... Müssen alle durch die Tür... Was? What the fuck ey... Ach so... Ich dachte... Die hat noch... Die hat noch 30... Ey... Die hätte mal haben können... Na scheiße... Oh... Fuck... Da wurde gleich zum Glück... Der ist halt echt... Ehm... Wieso bin ich eigentlich... Mit 5 Kills Erster? Weiß nicht... Weil ich wahrscheinlich mit 0 Kills Letzter bin... Hehehe... Oder? Ach man... Ich hätte einfach beide... Ich hätte nur einen Schuss gebaut... Und hätte wahrscheinlich sogar beide verletzt... Ähm... Ich glaube ich... Spiel mal Montagna... Das ist safer... Ich hab nicht mal ein... Alter... Das war schlecht... Ich hab echt da voll auf mich gekämmt... Weil die wussten... Dass da jemand kommen wird... Weil die gespottet wurden... Hättest die da nicht marken dürfen... Also... An sich müssen wir ja eigentlich alle nicht marken... Die Camps können wir ja eigentlich ganz alle verständigen... Außer wenn jemand sagt... Dann markier bitte mal... Aber eigentlich können wir uns über die Camps einfach nur mit... Äh... Sagen verständigen... Wenn man markiert weiß man halt... Dass... Wann gesehen wird... Und dass wahrscheinlich jemand in die Richtung kommen wird... Dann ist der wahrscheinlich gar nicht mehr an... Dass ich da jetzt sehe... Dann ist der wahrscheinlich gar nicht mehr an... Dass ich da jetzt sehe... Guck mal... Es mussten halt beide... Genau beide da hingeguckt... So ich denk mal unten... Ne... Ich denk dann vorne... Ja... Hier unten ist klar... Ne... Oh Gott... Ja gut... Ich bin voll reingesprungen... Die sind wieder da wo wir waren... Okay... Ja... Dann haben wir... Ähm... Dann geh ich wieder von oben... Denk ich mal... Ich hoffe die Kamera bleibt doch so stehen... Meine sowas? Ne... Meine... Spass dich... Ja die steht da gut... Oh... Er steht beide an... Das gleiche Position... Wann? Echt? Erlaubnis... Ich ja... Hinter mir noch was gehört... Ja die sind... Die sind kein Raum da... So... Vergang ist an der Tür gerade... Geh wieder von hinten oben rein... Du seid ja... Also da... Dann geh ich mal mit dem Meister Olli... Ja... Ich bin so langsam... Ach du hast mal Tanya... Ja ok... Ja ich wollte es ja Zeit... Hab ich ja gesagt... I will... Say... Pass auf dass du nicht so weit nach rechts kommst... Ich hab da aufgemacht um die zu verlieren... Ich bin so langsam... Ich bin so langsam... Oh wie perfekt die Ränge schwuppt das... Herr Rack... Ja... Ob hier keine Kamera ist... Was? Der noch mal da oben? Der ganz oben... Der ganz oben... Oh ja... Es gibt der... Aber da wird dich doch auch nicht... Ja du kannst... Das rein ist eigentlich... Das rein... Das rein... Achtung hier steht die Kamera... Da steht die Kamera... No... Geh hin... No... Genau... Pass auf... Die rennt weg... Sicher? Die ist links runter gesprungen... Links runter... Die erste Leiter links... Ja... 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 Ich hab's geahnt... Die wollte von hinten kommen... Kannst du... Komm zurück... Die wollte... Wollte hier wieder hoch kommen... Gut? Ja... Ja... Dann bleib ich immer bei der Leiter stehen... Ja genau... Du hast keine Claymore... Ne... Das ist natürlich total unpassend... Warte ich geh mit meiner... Cam runter... Ne... Bleib bei der Luca... Bleib bei der Leiter... Bin mit meiner... Krone... Wieder runtergegangen... Aber ich seh sie nicht... Die ist nicht mehr da... Okay... Dann können wir da weiter gehen... Denk mal... Bleib du mal bei der... Dings... Ne... Hier ist sie nicht... Denk ich steht noch in irgendeiner Ecke... Wo? Von wo? Von wo? Da unten... Unten? Ja... Die hat aus dem Swabber rausgeschossen... Okay... Passt auch, dass die nicht von hinten kommen... Ähm... Die Zeit... Ja... Ne... Blitz... Achso... Ja... Er ist hinterm Sitz... Links... Linke Seite... Wir müssen warten... Warte... 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 Ich hab ne Granate rein... Achtung... Die Carreras da... Faxi hat mich... Fünf Sekunden... Du musst rein... Du musst unten rein... Wir müssen rein... Unterwegs... Ich bin zu langsam... Ich schaff's nicht... Ach... Ach... Ja... Die Dricks Granate hat mich... Das ist echt... Was ist da mit ihrer Dricks Granate gekommen? Ich dachte... Ich hab die... Granate geblockt... Ja... Ich war ja nur verletzt... Achso... Jetzt müssen wir uns aber mal anstrengen... Ich hab immer noch 5k's... Ähm... Leute... Wir müssen... Was machen... Ich würde gerne... Wilber bleiben... Für endliches... Wilber hochkommen... Ich glaube... Flugzeug ist nicht mehr das... Mein Liebling... Ja... Ja... Hier ist... Ja... Hier ist... Ja... Wo ist... das ist dann eine runde aus oder okay dann spüren wir dann eine runde oder die gegner haben den bio gefahrgut behälter die stück im weg Kannst du die noch zumachen? Wusstest du, dass du wieder da durchkommst? Vorsicht, Marc, oder? Marc, kannst du kurz übergehen? Bei dir nach links, oder? Gnügend Platz, nicht gnügend Platz. Du musst weiter in die Mitte gehen, glaube ich, oder? Ah, nee, deswegen den Schild. Das Schild ist alle seins. Kann ich mir sagen, falls jemand... Sag mir mal, wenn hier jemand kommt. Dann kann ich nämlich von hinten holen. Also du kannst nur schauen, und du musst dann gegen die Gasflasche hauen oder schießen. Ja, ich kenn das. Okay, einer von uns ist oben gefallen. Okay, Klaas ist in dieser Seite. Ja, Klaas, zeig, schieß gegen mein Schild. Nicht kaputt machen... Nicht... Nicht kaputt machen, Seikürer. Bitte. Nice. Na, fuck, Mann, ich hab ihn echt nicht bekommen, Mann. Ich stand vor ihm und hab mit der Schrotze nicht getroffen. Ich hab nur Blackbird. Platz lebt noch. Ja, gut. Und dann lassen wir uns nicht kaputt machen. Fuck. Ich hab ihn... Ich hab ihn... Oh, Mann, ich hab ihn... Oh, ich hätte auch nur knifen müssen, Mann. Ich hab ihn ganz kurz... Marc, du kannst... Eigentlich noch... Jeder seht ihr ihn am Mira-Fenster. Ja, ich hab mir ein bisschen mehr... Ist riskant, ihn den Platz da aufzumachen. Ich hätte es lassen. Hehehe, wie... Ich versuch mein Fenster guck zu machen, ey. Echt geil. Könnte einer außen rum gehen, ganz leise. Ja, ich hab ein Fenster hierzu gemacht, ja. Marc machen fast. Ich hab das Ziel im Blick. Erster Stock. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt ist es zu spät. Aber der Schild kannst du eigentlich noch drüber. Ich weiß nicht, ob von rechts jemand kommt. Ich hatte da... Eine Drohne. Vor dir, Marc. Irgendwo ist da eine Drohne. Okay, lauf nicht. Dann ist die... Den Raum lebt hier. Von rechts. Da? Ja, von rechts. Twitch oder Dings. Marc, ich hoffe, du siehst die. Spontan. Spontan sehe ich gar nichts. Einfach warten, einfach warten. Die kommen. So, jetzt. Achtung. Drin, ist drin, ist drin. Achtung, da kommt Dons. Wat? Ich, Alter. Boah, ich... Guck, Alter. Läufts aber auch richtig, Alter. Jungs, das war so einfach. Ihr hättet einfach nur auf die Schüche gucken, bis ihr hier rüberspringt. Wenn ihr in die Moment gerade warten. Ähm, ich kann nicht dafür, ne? Ähm, weil ich Büro bin schon schon. Ja. Ich hätte, ich hätte die Twitch-Lucke gekriegt mit der Schüche. Alter, ich hab die beste Runde meines Lebens, Mann. Sieben, Vier und ihr? Na. Besser als Wolfsburg, was will man mehr? Halt's Maul. Ihr habt einfach beide nur einen Punkt, einen Punkt, einen Punkt der Lernst. Trotz der Lernst. Trotz der Lernst. Ähm. Ja, äh, ich hab mein Bestes gegeben mit meinen Steam-Küssen. Und man sieht sich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.